so und wieder da herzlich willkommen in der Aufnahme bei dir und wie ihr vielleicht schon mal gemerkt hattet ich tue immer oder ja wenn ich streame also wenn ich das spiele quasi das streamen quasi das spiele gleichzeitig und tue das immer gleichzeitig aufnehmen für euch für youtube falls ihr denn wissen wollt wie sie denn diese aufnahmen entstehen quasi nahm so spiel ist es dein ernst welches runtergesprungen ist hier wäre mit nichts passiert ich muss mal kurz hoch war okay wir tun wir nehmen was essen oder wir tun ausdauer und gesundheitsding Inventar, Tumor und Beipack, Gegenstände zerstören warum nehme ich alle nicht was ist das? Power-Maschine-Gewehr wissen wir noch nicht was wir da machen ähm das ist ja extrem verrückt, dass da auf jeden Fall, dass ich da sterbe ich bin da einfach gestorben dran, Leute beim heruntergehen ähm das guck mal hier passiert mir nix, ne absolut nichts aber bei so'n Zeug schon es stört mich schon ein bissl, ne ein bisschen stört mich das schon, Leute die hab ich da irgendwie noch nicht gesehen gefunden nachladen oh Leute, ich hab jetzt übel mit dem Bulli wieder, ne ich hab jetzt auch ein Meditationspaket hä ok komm ich tu mal speichern falls äh ja keine ahnung das ist das ist das ist krass, das ist einfach extrem krass ähm das wie kann ich denn da runterfallen und sterben? das ist doch das ist doch dämlich das ist doch richtig komisch ok was ist denn mit dem Bulli hier? ich guck das geht nicht mehr ich guck das geht nicht mehr ok wir wollten lol was ist denn mit dem Bulli hin? kann denn das so schnell verschwinden? eh spiel was ist denn da kaputt? das ist sehr übel, strange das ist ja richtig mega strange das ist ja richtig mega strange das ist ja richtig mega strange so das sind Polizisten na jo ok ja ich komme gefühlt hier nicht rein, das ist das ungute Gefühl hier ist abgesperrt aber hier nicht mehr könnte ich die Tür nicht öffnen das ist ja richtig wog da löscht jetzt blau leute da gehen wir mal hin da gehen wir mal hin oder? wir gehen ja auch hier hoch und gucken, ob hier irgendwas lümmelt Drohliche Musik, Leute Ich glaube, hier können wir auch nicht rüber Gut, wir müssen hier wieder raus, irgendwo Ich renne wieder Wind Oh, hi Ich kann gar nicht scrollen, weil Okay, das ist irgendein Psycho-Typ Das ist eine Schlägerin Okay, dann markieren wir mal den Und markieren wir den Dahinter ist nicht immer noch was Der Typ ist ein Schläger Okay Was ist damit? Gebrüte-Protokal Ähm Das ist dort, das ist ein Tank Aber ich hab letztens so gemerkt, dass die da nicht so wirklich viel Dinge tun Machen wir ein Pitch-Protokoll, Leute Machen wir mal ganz easy Äh Läuft Riech ich jetzt irgendwie mein Döffel irgendwie bei Pitch-Protokoll? Ich will ran ins Ranzügen, bitte Oh, was ist das? Das ist Flutlicht Pingen wir mal Pingen wir mal Ach, das ist jetzt, das ist ein Liquid Hacks jetzt oder was? Okay Was haben wir denn hier schönes? Wir haben verbesserte Data Mining Verbesserte Data Mining Mehr Euro Okay Gnärische Oh, cool Ja, das neutralisieren ist, hier ist das von einem Quillen-Blofen, das stellt sofort die Einspeicher-Punkt wieder her Cool Das ist cool Ähm, das hört sich gut an, aber das auch, ne? Hm Zugangspunkten Hm Machen wir das, Leute Das hört sich gut an Das hört sich gut an Hm Mh Das muss ich nicht rausdrehen Warte weiter, wo wir stehen sollen Und die ganzen Männer Lächeln Militech-Titan-Knochenkante Unser Freund Noch toller Zustand Was soll sie vielleicht haben Hm Okay Kaputtes Auto Stimmt, ich könnte mal ein Uppings-Manöver entstellen Ähm Optik neu starten Satil Kaputtes Auto Ach, da kann man das mal machen, Leute Kann man mal machen Oh, shit Was ist denn jetzt höher geworden? Oh Ritzkotter Vier Hihihi Okay Ähm Was jetzt? Hier hat man seine Mutter Wie verraten wir uns? Splat! Jo, mal so. Ja? Also, diese Hex sind schon cool, finde ich. Ich bin die Spiele-Weißer. Das ist doch... Gut. Ähm... Das ist... Ach, das sind die Kröte. Okay. Ganz fair, schönes Dinge, schöne Dinge. Verbrecherwertung, gefährlich Versorgung. Rehensionen. Abgeschossen. Äh, hm? Generator? Oh, leute. Oh, damit kann ich mich verbinden. Oh, cool, 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 cool. Was ist das? Psycho? Ey, ist der nicht tot? Ähm... Kopfgeld erhalten. Hm. Hm. Merkwürdig. Merkwürdig, Leute. Gut, tun wir mal hier, äh, Dinge hacken, verbinden, Dinge tun. So, wir haben... Wir haben... Ja, 31 Sekunden Zeit. Äh... Zum Beispiel können wir das machen. Äh, das. Namen. Und dann... Das. Und dann... Das. Aber ich... Ich frage mich eh, wie man das gleichzeitig machen will. So gewisse Sachen. Wie soll das funktionieren? Macht man nicht erst die eine, dann das andere? Also zählt das jetzt, wenn ich jetzt das mache. Und dann... Das. Zählt das? Geht das überhaupt? Leute. So, das. 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 Ne. Eins. Zwei. Also eins hab ich ja schon, ne? Also eigentlich müsste ich das machen, genau. Und dann das machen. Dann... Eigentlich ne... Das hier. Muss ich dann eigentlich das, genau. Also erst das. Dann das. Dann das. Dann das. Und dann... Das. Ähm... Dann das. das ich bin schon bei ihm beim erst mal ausgestiegen wo ist hier noch mal bitte also wenn ich alle machen würde dann müsste ich doch die gelten eher für alle gut das wurde schon mal wissen also eigentlich finde ich das machen so das ist auch müsste ich auf jeden fall benutzen dann auf jeden fall das weil das ist das nächste so dann eigentlich müsste ich genau müsste ich ja von weiß von oben anfangen müsste ich müsste ich wenn ich die eine reihe komplett habe müsste ich der an dass das und das und das machen und dann eine dann eine 55 ja weil ich ja schon die 1 c habe so und dann also dass das 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 nach der 55 müsste ich eine i9 haben und bei hell ist einmal das und das und das und das und dann einmal ein ziel ja ohne vorher noch mal einmal ziel und dann mal i9 gut das ist eine gute frage ne also das da ach stimmt die haben auch die ähneln ja schon mal benutzt der ist natürlich weil so viele puffer habe ich eh nicht ich kann ja maximal nur vier machen also 1 2 3 4 da hat der hört schon auf leider hört schon auf mehr kann ich gar nicht machen also kann ich nur die machen gut dann machen wir die 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 und die weil ich kann nur vier puffer machen kann gar nicht mehr genau genau weil außer ich ich äh ging sie vorher genau genau hier kann ich schon mal genau 75 mehr ähm ok ja mhm 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 ist mit dem auto hier los kaputtes auto ok kann man auch was öffnen hier ne Wir haben ja eine Quest ja schon gemacht bitte Oh, dann gebe ich eine bessere Äh, ne Und als Aufsätze Oh, wir kriegen sogar Ähm, Leute, sorry Also ich gine, aber wir haben eine Was ist das denn? Eine Schadensmultiplikator von zwei Und du aus der Tano heraus angreifst Cool Das Das, dann hat die Diese auch endlich mal Äh, ein Schally Das finde ich genial Ja, und diese Waffe hat endlich mal Einen Ersatz, theoretisch Von diesen hier Ähm Sieht auch nicht viel besser aus Als die Ähm Die Ertöte hat erhöht theoretisch die Panzerung Aber Was will ich denn damit? Hm Gibt es hier mittlerweile irgendwie Alternative? Ne, ne Gut Was ist denn hier angeblich besser? Das vielleicht, ne Gibt es halt theoretisch zwei Slots Hm Ach, die Aus den Den kann ich nicht die Kümmer draus holen Ah, das ist ja schon cool Äh Zehn Ne Ach, was Mindest dafür zehn Das dauert noch ein bisschen Zehn könnte noch ein bisschen dauern Okay Wir Äh, wo bin ich denn hier? Wo, wo im Himbisfilm bin ich denn? Äh Ich bin nicht da Ich bin da Spiele, ey Was gibt's das? Ähm Abgräten Gibt's da Hm Mhm Cool 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 Kann ich ja auch mal irgendwas verkaufen Weil sonst hab ich vielleicht keine Geh mal da ein Hi Hi Gut läuft Das ist angeschlagen Der ist ja angeschlagen Oh, was gibt's hier? Ist das ein Streitumpolizist? Oh Was war das? Was denn? Hm Oh Okay Ich schicke dir mein Malware Mit Absicht Ein Demon von Bad, dem Netrunner, dem wir helfen Mhm Dafür musst du das Subnet eines Mega-Gebäudes hacken Und diese Dateien hochladen Infos anbei Okay Okay Ja Alles Bewohner Was geht denn mit dem ab? All pleasure From all moves provides 330% of recommended damage Warum liegt da einfach sowas rum? Das ist Das ist Äh Merkwürdig Oh Leute Hier ist ja auch irgendwas passiert Kampf 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 Aha Mhm Äh Okay Hi Hi Da hätt ich selber so'n Typ da rum Den kannst du gar als Abdenkungsmanöver Anschalten Ähm Na gut Das geht ja Das geht ja unter Hacken Also da bringen wir kein Kein Dings Ich verkauf erstmal ein Baumzeug Leute Äh Was ist denn hier? Ist nichts gut Hi Jo Jo gut wir kaufen mal junk 8 junk items 786 dollar ist nicht schlecht leute feuerzeug okay die haben wir alles verkauft das zeug das sehe ich auch als so junk nicht dass hier manchmal irgendwelche waffen verkauft läuft ich frage mich gerade wer spielt das jetzt die oder die aber eigentlich die und die macht gerade doch so ein cool ja neutralisiere die gegner okay wurden da und leute ich stehe hier auf der mauer um coole sache leute so nur screed kabuki ich hoffe einfach über die straße kann doch nichts passieren auch das ist peep mehr Ding, ding, ding. Hmm. auch wieder mal irgendwelche polizisten das ist einfach mal das soll das soll ein 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 okay muss ich irgendwas geben weil nimm ich gerne mit danke die bank zahlt dankt so es gibt hat hi Okay. Okay. The Waudi. Mhm. Zuhälterer. Zuhälterrei, Verleumdung eines Konzernmitglieders. Das ist gar nicht. Hallo? Ähm. Ob ich das sei, seines Gegners sind wir teilen mit den letzten Gegnern und Anfälliger für Quick-Ex. Okay. Machen wir das mal. E9, ne? E9. Aber wir müssen ähm so rum. Aber wann kriegst du denn eigentlich mal noch einen Puffer mehr? Na? Das ist äh... So. Wir machen mal so einen Ping. Bing, 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 bing. Okay. Da ist einer. Da oben ist einer anscheinend. Äh, ups. Ne, das nicht. Spontanbedarfsspielmaschine. Aha. Aha. Das ist Kiste. Oh, weit. Mhm. 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 Hey! Not Timmy! Danke für die Schausse. Oops. nix daher so 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 you know you 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 Mhm. Oof. Yes, Phil! Boast. Boast. mh ja Über mir? Könnte neben mir noch was sein. hmm Krüftemgewehr es ist die scharfschützen waffe ist schon cool also dieses bräuchte ich die machete was ist das denn was geht das kater das ist cool ist ich behalte es erstmal gibt es noch mehrere hosen noch eine bessere hose das ist mir das angezeigt dass es was es gibt ich gibts auf eine bessere jacke ja aber die kritische treffer chance ist schon brutal gut würde ich so überhaupt ja okay hi hm 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 oh das sieht gut aus machen wir ein foto leute wir machen ein foto also die pose effekte gut ist nicht das was ich wollte glaube ich kontrast vor die königungen also ganz hoch das vielleicht das hier sieht doch nicht schlecht aus auch wenn man das oberen nicht sehen würde immer niemand immer die mann immer ist gekauft ist gekauft ok ok gab es denn jetzt hier auf derzeit ein paar ein paar bikes Ops Ops Ah so ich hatte irgendwie festgestellt dass das aktiviert konnte nicht fahren ich bin nicht fahren es ist irgendwie packt kann ich nicht fahren ist ja komisch das geht das sieht so geil aus ja 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 Ja, nehmt. what the heck ok Leute mit diesem wunderschönen Bild lasse ich mich mal mit euch wenden und sag mal bis später bis zur nächsten Aufnahme also tschüss